Was? Ach hier, warte. So. Jetzt dürfte Florian dich hören. Hallo Florian! Hallo! Jetzt dürfte sich dein Mikro wiederholen. Ich skype grad mit Gentrik und Florian. Oder? Redma! Ja? Geht's? Ja, was geht denn? Nix. Na, oder hast du Echo? Ich hab kein Echo. Jedenfalls hab ich kein Echo. Okay, gut. Hörst du Florian? Florian, sag mal was. Hallo. Hört ihr Florian? Das war jetzt Florian. Ah, okay, okay, okay. Hi. Sag mal Florian. Florian. Hallo, ja. Was wollt ihr jetzt? Ihr nervt mich. Okay, dann... Was machst du jetzt? Wir haben jetzt zwei Stunden lang nix zu tun bis zur EA-Konferenz. Als ob ich die gucke. Oh, toll. 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 Da kommen ganz viele Wii U-Titel und Watch Dogs. Bei EA. Ubisoft. Ubisoft kommt um 0 Uhr. Es geht um die E3. Es geht um die E3. Was? Den Watch Dogs. Watch Dogs. Na, ich guck, kannst du mir morgen immer noch angucken. Ach so, ja. Gut. Und, na, ich guck's mir auf jeden Fall morgen an, weil ich hab morgen Schule und so. Und da muss ich auch noch hin. Ach so. Ich nicht. Ja, äh, du bist ja auch, du bist ja auch ein Trüffel. Nö, ich hab morgen frei. Ach so. Jetzt wollt ich dir grad mal ein Kompliment machen. Hm. Na dann, wenn du's nicht willst. Ich will euch. Was? Guck mal. Baut du nicht die Spasten, ey.